Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Walking Dead. Ja, wir sind immer noch hier in Macon, in der Pharmacy, in der Apotheke und versuchen... ...Nitrogen, äh, wie heißen die Dinger, ähm... ...Wie heißt das Zeug, was explodiert, wenn man was drauf drinnen? Äh, Glycerin-Tabletten finden, genau. Für den alten Mann, dessen Temper sein ein bisschen mit ihm durchging. First Aid Kit, das nehmen wir doch gleich mal an uns, oder? First Aid Kit. Das ist immer gut. Komm her. Was haben wir da noch? Na, ein Foto. Was hast du denn denn in der Film? Luckily, na super. Okay, schauen wir uns mal das Foto an. Und da haben wir den Beweis, dass der Typ da gearbeitet hat. Findet ihr? Das ist eine Foto an. Das ist ein 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 Foto an. Das war mein Foto an. Das war mein Foto an. Er zubelte hier auf. Nein, er war okay. Ich sah ihn eigentlich wie Schapf-Lifters mit. Und dieses Foto an der Foto an sich erinnert. Das Foto an ist besser als jeder Schraubkotag. Und er wusste, wie es so cool sein muss. Wie du mit dem Foto an. Mein Foto gab es mir. Ja, das ist wohl wahr. Kannst du den bitte mitnehmen? Ist ja nicht so, als würden wir den nicht brauchen, oder? Oh, du Vollhunk. Was haben wir denn? Ja, können wir dann machen. Better get this door clear, huh? Can I help? Sure. Here we go. Watch your fingers in the drawers. Oh, Idiot. Das ist süß, die Kleine. Let's not talk about that. Do you play sports? What do your parents do? Let's just move the things. Why don't you want to talk about your family? Do they, like, hate you? Hmm. I hope not. It's just complicated. I wouldn't blame them. I wouldn't blame them. Why? Why did you fight? I fight with my mom sometimes. We didn't fight. We just didn't talk for a while. Look, my family's gone, and I just wish things would have been different. Mm-hmm. Yeah. I got into some trouble, and I didn't talk to them for a while. This used to be their store. But let's just keep that between you and me, okay? Okay. Because of the trouble? Yeah, that's right. Now, let's get this done. Are you okay? I hurt my finger. Is it bleeding? A little. I'll find you a bandage. Oh, there's something else. What do we have there? Some place, huh? First Aid Kit. Let's take the bucket off. Ah, look. The family's gone. Okay, let's take the bucket off. They are, trackers style. Don't worry. Yeah, okay. We should keep a lookout. I've got my walkie-talkie, in case they try that way. Stay close to me until then, okay? It's the remote to my dad's TV. Okay, jetzt kriegen wir jetzt erstmal eine Bandage. Let's have a look at that finger. How? It hurt. Let's see if we can do something about it. Let's get this cut covered now. Yes, please. So. Deutsche Pharmacy. Was ja schön. Okay, jetzt machen wir erstmal den Fernseher an, würde ich sagen. Das habe ich auch vermutet. Ja, das habe ich auch vermutet. Aber ein Versuch war sehr wert. Äh, für das Aid Kit ist wohl nichts mehr drin. Dann schauen wir mal weiter. Versuchen wir mal die Tür aufzumachen. Ja, nur, dass er abgeschlossen ist, ne? Kannst du jetzt bitte den Stock mitnehmen? Äh, die Chancen sind auf dem Zombie aus der Straße. Du bist doch total dämlich. Hm. Ich rede nochmal kurz mit Clementine. Vielleicht hat sie uns ja noch was zu sagen. How's your finger? Have you heard from Glenn? Everything's to be okay. How's your finger? Can you do that more? Well, I'm not gonna go looking for them. I mean, get the dangerous ones. Ich werde versuchen. Gut. Ich werde immer weiter schauen. Okay. Willst du zurück in die Drogenkarte mit mir? Okay. Lee? Ja. Du bist nicht schlecht, richtig? Ich, uh, warum du mir das fragst? Die Frau sagte, dass du jemanden hast. Was das, weil er eine der Dinge versucht, dich zu essen? Es ist kompliziert. Manchmal passiert Dinge, oder du machst Dinge, und du kannst sie nicht erklären. Wir gehen zurück zu den anderen. Hm, das ist wohl die Frage. Hat er sie umgebracht, oder nicht? Das ist Lee, wassup? So, ich bin da an den Motor Inn, und, äh, ich bin stuck. Stuck? Ja, ich, äh, sah eine Chance zu bekommen, um die Gruppe zu bekommen. Und ein paar der Romanen haben mich auf mich. Ich bin hier drüben, aber sie werden nicht verlassen. Was ist? Glenn ist auf der Motor Inn. Hey, Glenn. Wir werden uns überlegen, und eine Gruppe zu kommen, um dich zu holen? Awesome. Ich werde dich festhalten, bis dann. Hm, das klingt gut. Hm. Ich werde dich aufhören, bis wir Glenn zurückkommen, okay? Ich werde es gut geholfen. Was denkst du? Ich denke, Doug ist nicht großartig über Zombies. Und du hast deine Familie hier. Ich werde Carly und ihr ToderEye nach dem Motor Inn bringen, Glenn, und zurück hier so schnell wie ich kann. Wenn das, was du willst, dann jemanden muss. Ja, ich bin da. Gut. Das klingt nicht so schlecht gerade jetzt. Lass mich wissen, wie du raus willst. Ich könnte einen Jog benutzen. Wie viel soll ich denn hier noch erledigen? Sorry übrigens für die Unterbrechung der Aufnahme, aber... Naja, so ist es halt manchmal. Da ist man mal kurz beschäftigt und dann... Hallo, kann ich da nicht durch? Und dann sowas. Hey, soll ich dir jetzt noch was zu essen anbieten? Na komm, geht. Kannst du was zu essen? So, dann würde ich doch mal sagen, ich talk mal mit Doug. Eigentlich wollte ich dir sagen, dass ich weiß, dass der da draußen den Schlüssel hat. Ich glaube, dass ich das so machen kann. Ich glaube, dass ich das so machen kann. Ich weiß, was ich könnte machen. Was ist das? worked so war so so i could program it to work with those TVs across the street let's just hope the power is still on you can just do that well I memorized all the codes when I was in a.v. let's try well fucking done dog all that dork nonsense might save a life So, jetzt müssen wir erstmal mit dir reden. Ja, dazu müssten wir diesen Brick erreichen. Ja, nur ein paar Sekunden. Vielleicht gibt es einen Weg, um sie zu verabschieden und dir ein bisschen Zeit zu kaufen. Öffne Sesame. Das funktioniert nicht. Ich war verrückt. Es ist universal, aber nicht das universal. Ich weiß, Doc. Du kannst diesen Brick erreichen. Wir gehen wieder rein und dann möchte ich gerne diesen blöden Krückstock haben. Also kannst du mir mal erklären, warum du da nicht rankommst? Das ist doch total ungeräusch. Äh... Try to getrunken, hun. Wie kann ich mit diesen Dingen da draußen? Gehen wir mal ins Office. Warum geht sie eigentlich immer mit? Warum kannst du nicht mal diesen beknackten Stab benutzen? Das ist doch ein Dreck, ey. Okay, also so wie ich das sehe, können wir hier gerade nicht viel machen. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Wenn ich... ... als erst mal... ... dem anderen zu helfen. Ist er Glenn oder sowas? Lily... ... ATM, Clementine, Foodbox, Newspaper... Wo bist du denn hier? Mit dir will ich reden, Carly. You're a pretty good shot. Well, you don't fuck with a reporter. Especially one that's three days out from her last cup of coffee. You ready to head outside? Are you okay? That radio sign off didn't sound too good. Are you okay? I'm fine. You don't have to be. It's traumatic. I'm sure some people got out. Maybe they're all being rescued. Then again, maybe not. Charlie noticed your concern. Hey, Carly. Carly. Yeah, okay, Carly. Seh not. Nix, Charlie. You seem to handle yourself pretty well. Really? I'm a disaster. I can't tell. My news editor was eaten about five feet away from me. And I would have joined her if it wasn't for that dorky guy on watch over there. I'm sorry. She was an asshole. But, you know. Yeah. Okay, dann würde ich sagen... That guy saved you. Yeah. Can you believe it? Those creeps or ghouls or whatever the hell they are. They were pulling our van apart and that guy, Doug, just came to the rescue. You can never tell who the heroic ones are gonna be, I suppose. He's kinda cute. From that parents basement sort of way. Huh? Huh? Oh, nothing. Ja, das ist das Problem mit einem großen Membran, man kann den nicht einfach ausschalten. Ähm, how do you end up here? We drove up to cover the Cherry Blossom Festival. Real hard hitting stuff. Sounds worth it. You ready to head out? You got it. You? Ah, ja, bleibt ja nichts anderes übrig, oder? Let's go. Da ich ja offensichtlich an den Backsteinen da nicht rankomme. Warum auch immer. Was schon ein bisschen arg und logisches. Hallo. Okay. Ah, da ist er drin. I'm glad you're here. Jesus, Glenn. Right then wasn't so hard. Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped up there. No way. We gotta go. Now. Listen, I was out here looking for gas. And then, up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. We talked and she got frightened. I was trying to get in and help her and she started yelling and saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't. And that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me. And I ended up hiding in the ice machine. Lucky you. Now let's go. We can't just leave her. Damn right we can. You guys are suicidal. Over a girl. I'm saving her. With or without you. Think about if it was you. Fine. Let's go save Glenn's damsel in distress. Damsel in distress. Yes. Yeah. Genau das. Okay. Wie machen wir das jetzt am besten? Wir müssen da irgendwie hochkommen. Wo ist denn die Treppe nach oben? Da hinten, ha? Da legt einer rum. Dahinten steht einer. Da ist einer. Okay. This is the plan. We don't know how hard it's gonna be to get her out of that room. Yeah. It's boarded up. So we have to kill every one of them in here. Quietly. No noise attracts these things. Now let's have a look around. Okay. Peek over the wall left stick up. We're going to go straight. Okay. We have a pillow. Kissing. Good luck smothering them to death. That's not really what I have in mind. Oh yeah. So a pillow with a pistol together. RV. We can go there. We can hide by that RV. If we're quiet and keep our heads down. Okay. Let's look at the back. Pick for a room. And you will be seen. She's eating something. So we got that one right there. Close. There's one back there. Trying to get into a room. But I didn't see anyone actually in there. Gucken wir mal, was wir da drüben noch haben. Truck. Da könnten wir auch hinlaufen. There was behind that door. Those two seem to be on the scent. Okay. We can hide by that pickup. Okay. Ich würde mal sagen, wir versuchen mal nach da drüben zu kommen. Zu dem Ding. We're a little naked out here. Except for Carly's gun and we can't use that much. Das ist doch ein Kissen. Damit kannst du bestimmt was anfangen. Zombie. Könnten wir was mit dem Kissen machen. So wie es scheint. Ich bin nicht sicher, dass ich sie beide selbst ausnehmen kann. Auch wenn ich ein Weapon hatte. Okay, mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Dann äh... Kissen. Ich habe eine Pille und zwei Korpsen. Ein älteres Problem. Okay, was anderes hat sie ja nicht. Okay, dann müssen wir erstmal wieder zurück. Dann gehen wir erstmal rüber zum Truck. Vielleicht haben wir da noch was wir finden können. Na komm. Genau. Gehen wir erstmal rüber zum Truck. Zombie. Zombie. Oh, nicht schlecht. Oh, da ist sie mitgekommen. Ja dann guck doch mal. Ob da was im Pickup drin ist. Oh. Ein Screwdriver. Okay, versuchen wir das doch mal mit dem Kissen. Ein Schlagen wird eine schlechte Idee sein, schätze ich jetzt bei er persönlich. Wir gucken mal, was haben wir da. Brickwall. Und Zombie. Wir können sie mal probieren. Geh raus, du Geh. Aber der Geräusch... Folle meine Lied. Bleib gerade hinter mir. Ein Weg. So, one down, two to go. So wie es scheint. Hm. Guck mal, die Tür. Guck mal, die Tür. Guck mal aufmachen. Guck mal, ein Sparkblock. Guck mal, ein Sparkblock. Guck mal, ein Sparkblock. Zückt Kerze. Irgendwas habe ich mal gelesen, dass man damit gut Sachen einschlagen kann. Gearshift. Ach wirklich. Wir können das Auto bewegen. Okay, da geht's zurück zum Trunk. Da war ich nicht hin. Mal kurz drüber. Okay. Guck mal nach rechts. Da ist nur Glenn. Wie war das jetzt hier? Wenn ich jetzt nach links gucke. Und jetzt nach oben. Ach so, ja dann ist das direkt, ne? Warum was ist unten? Unten ist das gleiche wie links. Was ist das für ein Schwachsinn? Okay, dann würde ich mal sagen, wir pushen mal das Auto ein bisschen. Okay, ich hab kein Pillow mehr. Ach was, jetzt kann ich's da aufmachen? Ich würd grad sagen. Das wär aber ganz schön schön. Da ist ein Pick in der Truck. Da ist ein Pick in der Truck. Kann ich's jetzt vielleicht mit dem Spark Block aufmachen? Ah. Der Alarm wär das Problem gewesen. Der Alarm wäre ziemlich gut. Das ist genau das, was ich dachte. Okay. Na, dann gehen wir mal zurück zu unserem alten allerersten Freund, würde ich sagen. Oder? Ja komm. Bis jetzt gut. Ich will noch da drüben. Da drüben. Da drüben, um genau zu sein, um dann hinter dir und lang zu latschen und dich schön ordentlich abzustechen, mein Freundchen. Da drüben. Hallo, heut noch. Huiiii, ab nach drüben. Komm. Mal hin, platt. Okay, ich befürchte, das war ne schlechte Idee. Du bist tot. Das erste Mal. Ich hoffe, die Frau ist okay. Okay, was sagst du denn, wenn ich mich so lange... Dieser Pick ist der erste Walker-Killer. Ich sollte diese Leute ausziehen, wenn sie um die Räume der Rv kommen. Ja, nur, dass du offensichtlich ein Problem mit dem anderen da drüben hast. Dann geh mal lieber wieder zurück. Vielleicht kann ich den ja angreifen. Als erstes Mal. So. Heimlich, still und leise. Was war das denn? Oh, lecker. Das muss doch gehen. Dieser Pick ist der erste Walker-Killer. Sie sollten die Leute ausziehen, wenn sie um die Rv kommen. Also, ich war nur zu lang. Das war alles. So. Komm. Jetzt ist der andere schon weg, dann sollte das jetzt ja kein Problem mehr darstellen. Oh ja, bitte. Ach komm, du nimmst dir doch bitte wieder mit, oder? Das ist cool. Jetzt haben wir das. Sind Sie zwei fertig? Ja, ich hole mir erst mal die Axt. Zwei mehr. Das sollte helfen. Ich würde mal sagen, wir reden erst mal eine Runde. Da hast du wohl recht. Die Waffe ist in dem Fall nicht gerade hilfreich. Okay, Baby. Komm on. Get some. Hey hey hey. Habt ihr doch gesagt, dass du da schon um die Ecke laufen sollst? Du hast dich wohl selbst dazu entschieden. Komm, 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 komm. Komm, nochmal zwei. Wo sind denn die Leichnen hin? Das ist aber dezent unrealistisch, mein Freund. Ähm. Machen wir mal die Tür auf. Tja, so kann man das wohl auch machen. 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 Da hast du aber recht, ja. Ich meine, ich habe jetzt immerhin eine Axt. Vielleicht komme ich ja mit der Axt an die Sachen dran. Ich würde allerdings mal sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß und wir sehen uns. Bis dann. Schöööö